Wir kommen zu JacksWorld. Ein riesiger T-Rex. Heute gehen wir ins Dinosaurier- und Schlangenhaus. Aber keine echten Schlangen-Dinosaurier, sondern Skelette und ausgestopfte Tiere. Viel Spaß im Senkenberg-Museum. Ein Diplonokos. Das ist ein kühler Blauja mit einer Knochenkeule am Schwanz und einem gepanzerten Kopf. Hier sieht man nochmal das Skelett des T-Rex. Das war der. Mit dem riesigen Sturm. Kommt mal. Guck dir mal den an. Das ist ein Triceratrops. Guck mal was. Ja. Auch mit einem gepanzerten Schäkel. Hier. Die gepanzerten Schäkel ist schön. Guck mal. 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 Ja. Komm. Komm. Was ist denn? Bitte. Nimm mal bitte. Ich fotografiere den Liebäude da oben. Schaut euch diese Krallen an. Guckt doch mal ein Babydrysauri aus. Ein Babydryceratops. Stegosaurus. Stegosaurus. Er hat sogar einen Stachel am Spanisch. Ein bisschen Wehren. So frucht die Anaconda. Den Tudeln. Waka. 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 Musik